Das ist der neue Verkauf von Let's Build Genshin Impact. Im letzten Part haben wir hier diesen Bereich erkundet. Was ganz komisch ist, weil... ... diese Lücke und das kann ich mir nicht erklären. Heute in diesem Part werden wir dieses Part... äh, näher. Wir teasen... Wenn ich nicht so viel habe, die mich beschäftigt, ...eine Gedanken-Pattern starten zurück in und... ...seine, als ich über ihn starte, ...weil ein Blasch-Pack-Song. Und jetzt habe ich mir alles gefunden. Zweite Versuch. Da sollen wir dann... ...ein krasses darstellen dürfen, als wir das so wollen. Krasses durchdanken wird. Und jetzt sofort in den Bereich gab es... ...keine... ...eine Gedanken-Pattern in der Seele. Ich glaube, sie können aber ein bisschen mehr Sprung auf K&O. Ist auch so gut. Ja, was ich da... Hallo... Tschüss... Tschüss... Nein, die habe ich doch nicht. Oh, Buckscheweine. Ne, was ist das? Ach, die Pelze. Ne, wir müssen die Sachen nicht klicken. Es sind so viele, warum? Ich kann mir das sagen. Suchen. Zwischen, zwischen. Sehen... Schrauben... ...schrauben, zwisch. Oh. Schrauben, zwisch. Welch? ein Ich bin jetzt nicht mehr mit dem Motto, aber ich kann nicht mehr mit dem Motto, ich kann nicht mehr mit der Schmerz. Ich kann nicht mehr mit dem Motto, sondern ich kann nicht mehr mit dem Motto. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das hier ist der Entretung. Das ist ja... Gut. Oh, Gott, das passiert ja. Das ist sichtbarer und das ist unsichtbarer. Ja, ey! Geh für jetzt. Ich hab's jetzt aber keine Zeit für euch, tschüss. Alter, stimmt, das war ja auch was mit Schöner, dieses Riesenroboter. Oh, 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 oh. Und wenn ich das genau sehe, ich hab's rausgebracht, oder? Ich hab' nicht rausgebracht! Oh, oh, oh! Ah, oh, 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 oh. Ich möchte nicht hier bleiben. Fassen Sie mich. Tschüss. WTF? Was ist das für eine riesen Arbeit? Ich bin schon mal durch hier mit mir nichts. Ich glaube, da gab es noch einen Weg. Ah, das ist ja. Ich weiß nicht mehr. Das ist mir nicht mehr zu sein. Die Räume da hinten. Das ist frei. Oder ist das das gerade geteilt? Da wird jetzt wieder ein Blitz eingeschlagen. Die Statue Heilung. Jetzt bin ich nur noch 8 von dem Ton. Das sind wirklich Stöte manche. Das ist alles. Ja. Ich bin mit. Na gut. Ah, ich dachte ganz schön. Wir machen das jetzt am besten. Aber wir gehen da jetzt erst hin. Da ist auch noch. Ja, ja. Ich möchte hier irgendwo meine Sachen darbringen. Ah, ja. Ah. Herzbach haben ja auch den ersten Schreiegeber gefunden. Wir wissen ja, wo wir im Schluss noch nichts zu kommen jetzt sind. Wir bekommen aber noch eine Dentro- Oh! Entschuldigung, weiß ich nicht. Hm? Nee, den Druck holst du. Okay. Okay. Guck, ich hab' die Leute erst dahinten gesehen. Ich hoffe, dass wir heute alle Teleport aktivieren können. Am letzten Tag ging's ja nicht, weil der eine so im Wasser war. Oder irgendwas zu machen. Die Fluss austrocknen. Gefühlt, ich will nicht, weil... Ja! Nein, nicht ja. Ich möchte nicht. Ja! Äh... Ja, jetzt ist die Frage, wo ist der nächste Teleporter? Ist der ja unten? Ich glaube, nur wenn es zufällig an den Trotium macht. Bei uns im Weg ist so wunderlos. Ich schätze, das wird nicht gut laufen. Ich bleib' mal weiter oben. Keine Ahnung, ich glaube, da ist der Höhle drin, der Teleporter. Ah, ne, oder nicht? Okay. Dann nicht. Ich... Ah, hier die noch so was zu finden. So, gelassen in der Bitflug. Also... Ist das denn was wieder fliegt? Oder... Oh, krass ist das alte Gefühl? Hier ist noch was. Aber es ist von hier gar nicht so schwer. Nein, ne? Nein, ne? Ja. Ja, so gut das. Oh, hier geht's auch rein. Aber ich glaube... Aber ich glaube... Ich hol's. Ja, das ist noch viel zugegeben. On a good way! Da 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 da! Ja, okay, darüber will ich jetzt nicht unbedingt. Ich hoffe, das bleibt jetzt für immer. Oh nein. Das sieht dann auch aus, was gut ist. Ich bin... Jetzt geh. Gar nicht. Da ist auch irgendwas anderes im Busch. Ah, im Busch wir sind im Dschungel. Bin ich nicht lustig, ey. Arafrüchte, auch ganz neu. Oh, das ist so interessant. Nein, 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 das wollte ich nicht. Ich bin nicht lustig. Ja, ich bin nicht lustig. Aber ich bin nicht lustig. Wie kommt es mir auf? So, dass du dann hochkunden kannst. Okay, ich sag's. Das ist ein bisschen groß. Okay, ich kann den nicht gut tun. Es ist eine Furchtung. So, da kann ich holen. Ah, wenn ich unterfeuere, oh Gott. Äh, nun. Ich find's interessant, immer wieder neue Soundtricks zu hören. Aus dem Gebiet ist es schon so eine Variation dabei. Ah, das ist wirklich krass und Respekt dafür. Das Orchester und alles. Die haben schon eine Auszeichnung bekommen. Nein, das ist nicht voll. Egal. Ein bisschen auch verblumen hier. Ich hab noch ein Item, was das ja auffüllt. Das wird schon. Oh nein, du machst doch nicht auf. Oh, was bist du denn jetzt? Wie ein Drache. Hä, das meine ich schon. Ich will warten. Oh Gott. Kannst du mich bitte aufhören zu verfolgen? Okay, danke. Okay, danke. Du hast zu schnell aufgeflogen. Nein. Lass dich schon. Hm. Du weißt, seid jetzt nicht springen, oder? Ich war's trotzdem. Ah, füfff. Naja. Tag bis Tag. Oh Gott. Ja, und falls euch wohnen aber euch Cola im Tier haben, es gibt den Charakter, den ich habe. Ich werde sie nicht im Tier behalten zum Kämpfen. Im Moment ist sie dann auch wirklich die Schwächste. Ich hab leider nur noch nicht dieses... Eine Altena von so... bisschen später da. Aber wie hoch geht das denn da? Da geht's hoch. Ist da noch mehr? Aber es ist ja nicht mehr. Geil, hier komme ich gut hoch. Mehr gehen die da einfachen... ...der Bergestein. Immer wieder schön. Und es ist nicht so löschen, wenn wir noch so weit, dass wir noch gut stehen. Gott, das wär's ja. Hier ist gleich wieder immer... ...wenn ich schon nach... ...wenn ich schon nach... ...wenn ich schon. So. Dann hoch. Einfach die Musik auf sich flücken lassen. Komm, wir können ja ein zweimal springen. Na ja. Schon zu ganz ans normal aber das hat ja... Oh, was sind denn hier? Ob ich das jetzt noch geordnet werde? Was ist das? Was ist das? Der droht hinbekommen. Wenn ich so weit bin. Ich guck dich. Ich bin ein zweimal zu. Ich bin ein zweimal zu. Ich glaube ich werde den Tag wieder aufbauen. Ich bin nicht gut hier. Ich bin nicht gut hier. Ich bin nicht gut hier. Ah, daneben. Schuss. Ich war ein bisschen zu hoch. Sogar... Naja... Kann man den eigentlich... Ach, ups... Was ist wenn ich jetzt... Irgendwie... Das... Ah! Das ist wenn ich da... Verdammt, ich könnte das denn gekümmert machen können... Ja, okay, da war ich jetzt nicht... Das... Weiß ich so... Ja... Und dann haben wir das abgeklappert... Hier würde ich aber sagen... Nein, wir gehen jetzt hier die Runde so rum... Das ist nämlich ein Ort... Warum was... Auch als wir so ein Berg gebaut... Ach, das ist der Ort, der jetzt ist es... Wie... Wofür komm ich hier nicht vorwand... Schleider!? Ach... Ha... Oh Gott, die aus der Ordnung... Ich hab gleich noch mal was, was ich nehmen könnte. Notfallkeil, das war auch okay. Oh, Mann. Ich will jetzt hier nicht. Abdeckt. Abdeckt. Ja, ha, ha. Das ist so. Oh, da vorne. Darauf. Da. Ah, bitte. Nein. Okay. Erzähl mir doch nicht, dass du da... Über, über, über. Über, über. Ist doch nichts. Ach, kommt's. Ist doch gar hoch jetzt. Danke. Was haben wir gemacht da? Wie komme ich da hin? Was ist alles verwinkelt hier? Das ist aber gut. Alles hier so unter den Baumen. Mit Dickicht. Oh, das ist weiter weg. Dann müssen wir weiter hoch. Ich würde mich für den Sturm geben wollen und schauen. Das wird wahrscheinlich passen. Ich glaube, ich werde teilweise auch mal so aufscrehen, äh, wenn wir das gekundet haben, schauen, ob ich den Totiner finde. Äh, ja, okay, dann machen wir natürlich auch gerne auf dem Schirm, aber ich werde mal suchen, aber ich werde mal suchen, oder so. Und jetzt mit den Karten und so. Wenn die Lösung sind, würde ich dann auch stehen, wie das alles auch gut ist. Ich würde mich jetzt nicht machen. Könnte ja hochkratzen. Vielleicht haben wir das besser. Oder wenn wir mit Pilzfern sind, dann so ein bisschen abgeschoben. Oder wenn wir mit Pilzfern sind, dann so ein bisschen abgeschoben. Also, ich brauche sie. Ich brauche sie. Ich brauche sie. Ich brauche sie. Aha, das ist einfach nicht. Das ist ja hier, oder so. Hallo, ich bin hier. Hallo, ich bin hier. Hallo, ich bin hier. Also, ich bin hier. Ach ja. Ich bin hier. Ich bin hier. Ist das kein Pilz? So, aber gut. Kolei. 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 es wird eigentlich nur das und das ja zudem wir machen jetzt erst mal die inhaltspläne geben auf den und dann gucken wir noch ob man die anleger das passiert es passiert es ist es ist Ne, ne, ich sollte nicht zu deinem Hammer, bitte. So. Wo ist das denn? Oh, hier brauchen wir den drüber. Oh, hier brauchen wir den drüber. Doch, keine Ahnung, wo das hier ganz drüber ist. Das ist schon da. Das ist schon da. Wobei kein Haufen steht. Irgendwo ist offen. 69. Das ist einiges. Das wird bestimmt irgendwann... Phase. Die Frage. Das ist ein höherer Punkt. Ich glaub, wir sollten von da das machen. Einfach, weil wir es können. Ja, wär gut. Aber... Ah, ist hier noch vier. Da drüben seh ich auch schon was. Aber das ist glaub nicht der Teleportationsblatt. Ist es nicht Start oder irgendwo? Ganz krass. So. Richtung. Ich schieß mich jetzt nicht vom Himmel. Danke. Okay. Über den Wolken. Nein. Nein. Was ist das eigentlich? Das, was sie ganz nehmen, ist in mir rum, oder? Das hat sich immer so aus. Bis mal. Oh, das ist auch... Okay. Na... Das kommt da drauf. Das geht tatsächlich bei mir. Ich weiß nicht. Also, es kommt mir rein. Und so. Jetzt bin ich dabei wieder ruhig. Hallo. Ach nee. Da ist eine kleine Truhe, ich glaube, wie geht los. Oh, Drache. Nein. Ich halte aber für mich. Ah. Ja, da unten ist ein Ding. Der Ruppe heißt nicht. Irgendwo kann man den Teleport. Weil der mit den gleich weg sein oder... Oder die Person. Ist die. Ich sehe... Das ist es nicht. Das ist es. Ja, da komme ich nicht hin. Bin ich komplett verwandelt. Oh nein, 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 nein. Ich wechsel. Ey, wo ist es denn jetzt? Ah. Da drin. Ah nee, das kriegen wir nicht hin. Ah. Ich muss mich da nicht ab. Okay, Teleporter haben jetzt alle inzwischen noch diese zwei Schaffersdinge. Oder aktivieren. Ja, ich weiß, sie geben kein Uhrgestelln, aber... Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Gernig. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Nein. Und dann... ...dannig. Und dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Und dann war es das auch schon. Und im nächsten Part, wenn wir hier, zeige ich gleich nochmal auf der Mac, hab den letzten Part, wo mir das fehlt, erkunden, worum was da abgeht. Und dann gibt es noch so eine Story, dann wird es ja dann im Mikro-Museum und vielleicht noch so die Dentro, die noch haben. Aber ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen. Und dann schreibt mir die Folge von Let's Play. Und dann kommt ihr wieder ein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.